Georg Kugler, nach dem Feuer bei dir in der Destillerie musst du einen Neustart machen und den machst du auch mit einem Whisky. Hast du etwas darüber erzählen? Ja, haben wir hier eine Bar auf Messe und können auch einen Onlineshop bestellen. Das ist sieben Jahr alter Whisky, ist eine Vollreifung in einem Cognac-Fass und haben eine Fassstärke abgefüllt mit 63,3 Volumenprozent und ja also das Cognac-Fass und unser Rauch verbinden sich jetzt richtig schön. Am Anfang haben wir das fast die ersten Jahre nicht so gefallen. Das hat sich jetzt aber die Jahre so schön entwickelt und jetzt haben wir gesagt, ja, jetzt bringen wir das halt zu dem Ereignis einfach mit raus, genau. Es ist ja eins von den wenigen Cognac-Festern, die ihr habt, das gibt ja auch immer so viel. Ja, genau. Was man auch dazu sagen muss, es kostet mehr als die anderen Whisky bei euch. Das hat einen guten Grund. Ja, zum Wiederaufbau, dass man da ein bisschen, wer uns da unterstützen macht, kann uns da gerne unterstützen, genau. Dann hoffe ich, dass ihr die Whisky innerhalb von wenigen Stunden, Tagen, Wochen los habt und wünsche euch viel Erfolg beim Wiederaufbau. Ich danke dir. Danke. 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 Danke.